glaube ich nicht Gott glaubst du nicht ja ich hab wirklich einen Tunnel und ein Zivir drinnen ok raus jetzt ich werfe oh ich werde zu sterben ey haaah 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 aaaah 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 so kommt oh ich will kurz meinen Dauplatz hinten angucken nein wir machen jetzt diesen blöden Rake wir machen den Rake guck mal hier ist schon ein Sleeper der kriegt keinen Schaden dadurch glaube ich so ey Udi nimmst du hier oder was komm auf Udi hau raus mach fertig Scheiße rutscht runter ja mach kurz reicht 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 der Hütte ne 85? 85 Kann ich die Holzstück stärker machen? Ne Obwohl ich weiß nicht Kann sein Ein bisschen bei der Klinikisierung War ja irgendwann mal so Wir machen 9 low rate Nicht reichen 11 Da ist das echt ne Blechtür Ja Hatte ich gesagt Ach Kacke Bim auf Ganz kurze Werbeunterbrechung Ja Dann sind wir gleich zurück Ja Beancat So Und wir sind auch wieder zurück Mit dem bisschen Sprengkraft Wo wir zusammenkratzen konnten Das erste Mal Ich heiße die Liga so Jetzt knallts Oh ja Kurz ein Schaden Ich achte die kleine Sorge Er stirbt Er stirbt Oh nein Auf der Scheiße Ich hab's so schade Kein Bock auf die Scheiße Oh ich hab mir noch Er wirf normal rein Und bleibt mal die Action Oh die Werte Oh Aufgenommen Kann man die auf dem weiterwerfen Nein Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach da unten Unten links an der Treppe Ja Vergiss ich sterbe nicht Ich sterbe nicht Er stirbt Ich hab kein Paar Ich hab kein Paar Wenn ich eine einzige Nehme erfüllen würde Und die ran schmeißen Nein Ich hab's nicht mehr Autsch Wie war's da? 60 Äh 49 Die sind aber auch echt übel fies Die Viecher ey Das hat man aber richtig gehört Dass er früher hochgeht Ja Ja Oh sondern Du hast zwei Spotschen von mir Neh ich hab genug Dank gedankt Ich kann zwei Er hat auch nicht mehr vier oder was 62 Oh Noch 30 Zwei Stück noch Aber Er hat noch 30 Puh Oh Gott! Der hat ausgenommen. Nein! Oh Gott, das ist immer... Ich zieh richtig den Kopf mal ein, Alter. Der hat so geile Bock auf die Scheiße. Oh! Du bist schon schnell. Nein! Ich dachte, du sperrst mich jetzt hier mit einer. Der steht da vorne doch nicht weg. Müsste jetzt die letzte sein. 18. Bitte lass sie die letzte sein. Nein! Warte mal. Einschlussexpressivismunde hier vorne an dem Zieler. Und den Schalli ab. Oh, nein! Nein! Oh, bitte nicht! Alles looten! Oh, die geht zuerst. Ja. Die hat's Googlefänger, ne? Ey, komm mal, der hat auch so'n... Nicht schubsen! Ist das die Shotgun-Trap? Pss! Nee, alles gut. Okay. Könnt rein. Was ihr vorhin gehört habt, war wahrscheinlich der Spinning Ding. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Nur Schrott. Warte, warte. Nur Müll. Nur Müll. Oh ja, hier. Bisschen Tag-Light, Schrott. Und alles. Metall. Okay. Wüsste was. Aber... Kein Schwefel, ne? Ja, da würde ich mir vorstellen, geht mal weg. Ich werfe da mal ein paar Granaten drin, wa? Achso. Auch machen. Nimm das mal alles raus, genau. Ich werfe Daniel, ich werfe Daniel auch mal was rein, dass er besser gucken kann. Magst die Digga, das so. Hilfen euch schon, ey, mal. Okay, raus jetzt, ich werfe. Oh, ich werd so sterben, ey. Nein! Einfach so reinwerfen. Nein! Einfach so reinwerfen. Ja, aber... Wo ist der? Pluppen, da... Der könnte ja was hier wollen sein. Oh, ey, ernsthaft? Da ist er. Ja, ich hab mich versteckt. Das lassen wir ein bisschen alle geben. Ey, das ist die zweite von drei aussehen. Oh Gott, ich bin so am Arsch gleich. Oh, okay, okay, hast du getroffen. Wo liegen die Bohndosen? Ah! Nein! Ich häng... Oh! Oh! Och, komm schon! Mein Problem ist, ich hör nicht, ob die an sind durch diese blöde... ...Kackfackel hier. Oh! 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 Ach ne, ich hab's aufgeroben. Mann! Wo ist die letzte? Ich hab sie aufgeroben, Gott sei dank. ist auch gut gelandet auch erst da so was haben wir denn schönes drin ach du kacke könnt ihr mal gucken oh ernsthaft? ja mann das ok brauchen wir noch Öfen? ne hat er noch was gehabt irgendwie? ne überhaupt nichts was ist da denn? Abfahrt Airdropp hol mir äh der Airdropp ist extrem close bei mir aber nicht bei dir oder? ich will aber ja aber der Airdropp ist bei mir ne ich hab keinen Lauf aber ne bei der Airdropp glaube ich 3 Quadratmeter von mir, äh 3 Felder von mir weg Airdropp ist bei dir noch nicht getroppt ne du musst doch einfach loslassen doch ich lauf hin doch ich lauf hin ne ich bin auf Airdropp ne ich bin auf Airdropp nicht auf Airdropp auf Airdropp also ne ach komm schon so ein müll naja water pipe und selbstgemachte visier ein bisschen 556 schneejacke blablabla kannst du mir die Satchel geben und dann gebe ich es dir zurück um ok all right ja das ok ok ich gebe dir das und ja ok ok ja schmelzofen äh irreführende, Entschuldigung ok ok jetzt, danke Sis ja 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 bye hast du gehört, ja? ja ja hab ein irreführende rief und aha vielleicht hast du Glück aber das Problem ist ja, du lootest ja 100 Kisten braune am Tag und keine 100 Air Drops am Tag, weißt du? naja deswegen ist das halt anders ja fast da, ich bin fast am oh wo kommt denn der runter, willst du dich verarschen? oh oh wo wäre ich auch noch, ey ich wollte das im 3 maximal machen, ey ich wollte das im 3 maximal machen, ey ja, das ist ein Fulltime Job ich bin fast am Air Drop hin ey TWO ich will besser hören was drin ist hm Ja, ich will höre was drin hässern ok ok Anza! Fast da. Turret und C4. Echt? Ja, Mann. Niemals. Doch. Erlernen das Turret. Okay. Das Turret ist wichtiger als C4. Alles klar. Dieses Satz hat sich doch gelohnt. Glaube ich nicht. Gerade glaubst du nicht. Willst du? Ja, ich hab wirklich ein Turret und ein C4 drin. Alter, wir müssen morgen Skrips haben und Level 3 Award Grange machen. Alter, Turret und C4, ich glaubst uns. Guck mal geguckt und ne Bienkern. Echt das? Ja. Bisschen Muni, ne Nagelpistole zum Anziehen. Wir bringen das Ding heller nach Hause und dann geht's abmachen. Ja, das sollte ich hinbekommen. Moin. Alter, hast du mich erschreckt. Alter, hast du mich erschreckt. Oh, Mann. Schon wieder mal wie. Oh. Ja, ich sitz hier seit geschlagenen 10, 12 Minuten auf der Kuppel. Oben ist einer und wir spielen das Wer hält länger aus ruhig zu sein Spielchen. Ah. Weil ich nicht genau weiß, wer und wie viele da oben sind. Soll ich dir helfen? Du brauchst dir Hilfe. Bist du online gekommen, um zu spielen, oder? Jo. Nee, komm. Alter, du hast mich so erschreckt. Ich hasse dich so, ey. War schon wieder ein halben Herzig-Faktor, wie? Ja, Mann. Ich hab übrigens C4 und Turret, ne? Haben wir. Hab ich gefunden heute, ja. Oh, wow, 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 wow. Ja, und gerade eben habe ich, äh, den Deal vollendet und wir haben eine Satchel getauscht. Mit? Ähm, was hat er dann gekriegt? Äh, ne P2 und... Ich mein, gegen wen? Ach, irgendwas für wen? Irgend so ein, so ein Engländer. So, komm mal online, der hat nämlich grad einen Airdrop. Jo, ich bin gleich soweit. Jetzt haben wir, Entscheidung, Airdrop holen, der ist nicht weit von uns. Oder Kuppel. Keine Ahnung. Ich bin gespawnt. Ja. Ich muss noch ein paar Bullets erstmal holen. Ja. Ich hoffe mal 5 wird's nicht reichen. Dicke. Was ist denn das hier? Airdrop, Airdrop, Airdrop oder... Was für die Waffe hast du? P2 und... Ähm... Äh, Waterpipe. Okay. Ich hab jetzt nur ne P2. Okay, wo bist du jetzt? Auf der Kuppel, aber ich denke mal, wir holen uns links den Airdrop lieber. Ja, komm auf. Okay, da muss ich jetzt schnell rennen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das ist doch irgendein super schnellen Weg, hast du gemeint. Ja, aber da bin ich nicht. Ha. Spring. Jump. Hopfseller. Bist du uns da? Ja, 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 ja. Ich kann nicht springen. Jetzt springe ich. Ja, okay. Ich seh's. So, der Airdrop, komm mit. Ich seh's schon. Gut. Auf geht's. Boah, ich bin ja jetzt schon seit... warte mal... Schon länger mach ich was. 27 Stunden. Wie viel? 27. Boah. Boah. Alles gut, alles gut. So lang kann ich echt mit, ey. Oh, klar. Ja, ich hab ja... doch, so lang hab ich den Netz gemacht. Länger als 30, 35 schaff ich echt. Vielleicht muss man's heute Abend um 11 durchhalten, dann geh ich ins Bett. Also hab noch, äh, weit über 12 Stunden vor mir. Ich seh keinen. Nein, nein, nein. Ich bin's ja auch nicht. Ich seh keinen, ich seh keinen, ich glaub den haben wir. Pass auf. Äh, ich, ich deck dich, okay? Gut. Zeig du mir den Leuten. Äh, noch ein Turret. Turret, okay. Brandmuni 556er. Ich kann's nicht sehen, da oben auf dem Berg ist auf jeden Fall was. Guck mal hinterm Berg da ist so ein kleines Zeug da. Äh, rechts, weiter rechts da, wo ich hinguck. Ja. Ich weiß nicht, ist es Busch oder Kaktus oder... Ich weiß es nicht. Egal, weiter. Wir bringen es heim. Wenn es sich bewegt, dann knallen wir einmal dahin. Genau. Also. Ich weiß nicht.